Hallo zusammen bei BlackTreeGaming. Heute mit dem FM 2020 Tutorials. Ich bin Phil und wie immer mit dabei ist unser Achim. Hallöchen. Hallo. So, diese Folge kümmern wir uns um die Mitarbeiter. Riesenthema im FM, ganz wichtig, weil auf ein gut funktionierendes Funktionsteam kann man sich immer verlassen, sollte man sich immer verlassen können. Wir werden jetzt hier einmal die Übersicht durchsprechen und dann in einer weiteren Folge uns genau Mitarbeiter angucken. Deshalb fangen wir jetzt an, die Übersicht. Wir gehen hier auf den Mitarbeiterreiter, sehen wir schon, haben dann hier die Übersicht der Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter teilen sich grundsätzlich in drei grobe Bereiche ein. Einmal der Trainerstab, das Scouting- und Transferabteilung und die medizinische Abteilung. Fangen wir einfach vorne an. Trainerstab. Hier unten sehen wir, was uns für Stellen genehmigt wurden. Also einmal ein Cheftrainer, das sind wir. Einmal unser Co-Trainer, Florian Bruns in diesem Fall. Jugendabteilungsleiter zählt aus dem Trainerstab, Christian Streich. Dann sehen wir hier vier von sechs im weiteren Trainerstab. Der weitere Trainerstab umfasst Assistenztrainer, die allgemeines Training machen können. Darüber sprechen wir in der Folge Training. Und Fitnesstrainer, es gibt noch einen Torwarttrainer. Ja, das waren so die drei Allgemeintrainer, wie hier hinten steht. Allgemein, Torhüter und Fitness. Hier unten ist dann noch ein kleiner Vergleich des Trainerstabs in der Bundesliga. Der höchste wäre hier. Wir sind jetzt, würde ich sagen, unser Trainerstab ist eher so im unteren Drittel der Bundesliga. Heißt, wir haben hier noch Potenzial, uns weiter auszubauen. Kommt natürlich immer darauf an, welche Mitarbeiter wollen überhaupt zu uns kommen und können wir uns diese auch leisten. Es ist nicht ein wahnsinnig reicher Verein, sind uns da irgendwann die Grenzen gesetzt. Genau, selbst gilt Scouting-Transferabteilung. Hier werden die Spieler bewertet. Also hier ist gerade, wenn du einkaufst, dich auf Scouting verlassen musst. Es ist sehr wichtig, dass du gescheite Mitarbeiter hast, dass du Scouts hast, die gute Bewertungen abgeben können. Du hast Datenanalysten, die eine gute Datenanalyse erstellen können und dir die richtigen Zusammenfassungen dann geben, also die richtige Meinung weitergeben, weil je schlechter dein Mitarbeiter, desto ungenauer wird die Meinung oder die Bewertung, die ein Mitarbeiter dir übermittelt. Hier gibt es jetzt zwei neue Mitarbeiter im FM20, gab es früher nicht, der technische Leiter und der Leihkoordinator. Persönlich nutze ich die aktuell noch nicht. Ich denke, die werden wahrscheinlich in folgenden FM-Titeln noch weiter ausgebaut. Der technische Leiter soll einfach ein bisschen drauf gucken, dass die Spieler, ja, der technische Leiter ist auch hauptsächlich für die Mitarbeiter zuständig, Mitarbeiter, Fortbildung und so weiter. Der Leihkoordinator koordiniert die Leihen. Da gibt es ja Vereine, die haben eine riesige Loan-Armee, wie man das im Neudeutschen sagt, also eine ganze Leiharmee an Spielern. Die haben zehn Leihspieler irgendwo untergebracht. Da soll der Leihkoordinator das alles selber managen. Ja, brauche ich jetzt persönlich nicht. Wer es möchte, kann sich sowas gerne zulegen und dem Mitarbeiter dann die Aufgaben geben. Die medizinische Abteilung, selbe Sache. Hier haben wir unsere medizinische Abteilung. Es gibt Physiotherapeuten, es gibt einen Mannschaftsarzt, Sportwissenschaftler, normale Ärzte und normale Sportwissenschaftler. Die Physiotherapeuten sind quasi präventiv zuständig für die Regeneration der Spieler und um Verletzungen auszukurieren und die Spieler einfach möglichst von Verletzungen abzuhalten. Der Mannschaftsarzt behandelt dann Verletzungen und die Sportwissenschaftler sind die Mitarbeiter, die uns in der medizinischen Abteilung, da verweise ich gerne auf unsere Folge zur medizinischen Abteilung, uns die Bewertungen zur Risikobewertung, zur Verletzungsanfälligkeit zukommen lassen. Hier aber wieder gilt, je besser der Mitarbeiter, desto besser die Bewertung. Also man kann sich nicht einfach grundsätzlich darauf verlassen, dass die Mitarbeiter nur Richtiges sagen. Es muss auch schon ein guter Mitarbeiter sein. So, wir haben hier diesen Button in jeder Abteilung. Hier können wir direkt mit dem Vorstand interagieren. Zwar können wir den Vorstand bitten, das Maximalgehalt für den Co-Trainer anzuheben, wenn wir einen besseren Co-Trainer pflichten wollen, aber einfach nicht über die Gehaltsgrenze, die aktuelle, hinauskommen. Können wir hier mit dem Vorstand sprechen, ob wir mehr kriegen. Wir können eine Anzeige aufgeben. Das heißt, wir melden uns beim Arbeitsamt und sagen, wir brauchen jetzt Assistenztrainer, wollen eine Anzeige schalten, das können wir auch gerne machen. So, erfolgreich die Assistenztrainer-Anzeige geschaltet. Okay, haben wir hier eine E-Mail gekriegt, Suche nach Assistenztrainer startet. Sie werden kürze über interessierte Kandidaten benachrichtigt. Also, wir haben uns jetzt beim Arbeitsamt gemeldet und können sagen, wir brauchen Assistenztrainer. Bitte schickt uns eine Sammlung an Assistenztrainer, die Interesse hätten, zu uns zu wechseln. Genau, soviel mal zur Übersicht. Wenn eine Gruppe von Assistenztrainern zum Beispiel aufgefüllt ist, dann haben wir irgendwann die Möglichkeit, beim Vorstand anzufragen, ob wir weitere Assistenztrainer kriegen. Wir haben maximal sechs momentan, die uns genehmigt sind, die wir im Verein beschäftigen dürfen. Wenn wir die sechs ausgelastet haben, haben wir die Möglichkeit, den Vorstand anzusprechen und darum zu bitten, weitere Assistenztrainer einzustellen. Das kann uns dann einfach unser Coaching-Stuff ein bisschen erweitern, damit wir besser das Training abdecken können. Dazu sprechen wir dann in der Folge Training nochmal darüber. Selbes gilt zum Beispiel für die Frage, kann das dann auch sein, dass es gekürzt wird, durch schlechte Leistung oder durch Abstieg oder sonst irgendwas, dass ich jetzt später nur noch vier haben darf oder so? Es kann sein, dass wenn der Verein finanziell in schwere Nöte gerät, dass dann der Mitarbeiterstab gekürzt wird. Dann wird aber dann der Bestand erhalten. Also es kann sein, dass man hier fünf, also fünf sind vorhanden, von maximal vier hat. Das ist dann einfach die Sache, man kann den Vertrag nicht verlängern. Der Trainer wird nicht entlassen. Also er wird nicht direkt entlassen, aber Vertragsverlängerung geht nicht, bis man halt wieder die maximale Zahl erreicht hat. Ja, okay. Genau. Einen Chef-Physiotherapeuten, Chef-Sportwissenschaftler, Chef-Scout, Chef-Datenanalyst kann es immer nur einmal geben. Aber irgendwann haben wir die Möglichkeit, die Scouts auszubauen. Wir haben die Möglichkeit, die Physiotherapeuten auszubauen, die Sportwissenschaftler, die Datenanalysten und die Trainerassistenten. Genau. So. Großer Bereich, die Aufgaben der Mitarbeiter. Wurde im FM20 auch nochmal überarbeitet. Hier haben wir jetzt eine sehr, sehr unübersichtliche Übersicht, wie ich finde. Man wird einfach mit Schrift, Schrift, Schrift zugeballert, ohne was genau zu erkennen zu können auf Anhieb. Deshalb gehe ich immer gerne in die Details. Also einmal sehen wir, was macht der Trainer, was machen die Mitarbeiter aktuell. Aber um jetzt hier was genau zu finden, was man deaktivieren möchte, muss man schon intensiv suchen. Deshalb mein Tipp, geht direkt in die Details. Also jetzt hier zum Beispiel die Aufgaben des Vorstands. Die können wir nicht verändern, weil wir natürlich unterhalb vom Vorstand sind. Hier sehen wir, was macht der Vorstand für uns. Er macht die Einstellung und Entlassung vom Trainer des SC Freiburg. Also sind wir. Legt die Vereinsziele fest. Leistet vielleicht finanzielle Unterstützung. Und macht die Öffentlichkeitsarbeit. Hier haben wir Aufgaben zum Bereich Mitarbeiter. Und hier wird es jetzt schon viel, was alles gemacht werden kann. Gehen wir einfach mal beispielshalber die ersten Dinge durch. Kümmert sich um die Mannschaftsausstellung des SC Freiburg. Das machen wir als Cheftrainer. Kümmert sich um die Mannschaftsausstellung der U19. Macht unser U19 Trainer. Mannschaftsausstellung des SC2. Macht der Trainer des SC2. Vorstandsmitglieder einstellen. Also Vorstandsmitglieder in dem Sinne von Sportdirektor und technischem Leiter. Machen auch wir. Da ist wieder die Herkunft des englischen Modells. Wo der Teammanager, was wir darstellen, einfach über dem Sportdirektor steht. Ist in Deutschland ja genau andersrum. Dass der Cheftrainer unterhalb vom Sportdirektor steht. Müsst ihr einfach beachten, die Herkunft des FMs. Können wir aber auch hier quasi an unseren Präsidenten abtreten. und uns quasi selbst beschränken und sagen, der Sportdirektor wird nicht durch uns bestimmt, sondern durch den Schiff oben. Genau. So, das zieht sich jetzt hier zu den Mitarbeitern. Wer darf die Mitarbeiter anstellen in der ersten Mannschaft? Wer stellt die Mitarbeiter in der U19 ein? Wer stellt die Mitarbeiter in der U21 im SC2 ein? Wer schickt die Mitarbeiter auf Lehrgänge und so weiter? Dann haben wir hier noch genau denselben Bereich für die Verträge. Also... Wer kümmert sich um Vertragsverlängerung und so weiter? Also da haben wir eine riesen Bandbreite, die wir dann bestimmen sollten zum Spielstart. Wo wir vielleicht als Einsteiger, würde ich euch empfehlen, gebt ruhig was ab an eure Mitarbeiter. Die sind im Normalfall ganz in Ordnung, wenn ihr jetzt nicht gerade in der Amateurliga beginnt. Und je sicherer ihr euch mit dem Kerngeschäft, also mit der Taktik, mit dem Training findet im FM, desto mehr Aufgaben könnt ihr dann selber übernehmen. Wenn ihr Aufgaben geändert habt, nicht vergessen zu bestätigen. Dann hier haben wir noch Ratschläge und Berichte. Also wer gibt uns Ratschläge zu Transfers und Verträge? Wann kriegen wir die? Ist der Ratschlag immer kontextbezogen? Also wenn sich bei uns ein Spieler schwer verletzt, kann es sein, dass er dann einen Ratschlag schickt. Hier könnte man diesen Spieler ausleihen, um diese Verletzung zu überbrücken. Genau. Selbe hier einfach Einstellungen. Müsst ihr euch alles mal durchlesen, durchgucken, ausprobieren. Kann sehr hilfreich sein, kann aber auch nervig sein, wenn ihr zu viele Ratschläge erhaltet. Deshalb guckt einfach rein, wie ihr es wollt. Ihr könnt diese Berichte nie erhalten. Dann werden sie euch nie nerven. Aber es kann ja nicht schaden. Wissen ist Macht, meiner Meinung nach. Auch hier bestätigen nicht vergessen. Dann haben wir hier noch viele, viele weitere Aufgabenbereiche. Die wurden alle getrennt, weil es einfach unübersichtlich wird, wenn man alles auf einer Seite kriegt. Genau. Kann man alles mal durchklicken, durchlesen. Ist einfach alles sehr wichtig. Was mich immer so ein bisschen in der Grundeinstellung des FM20 stört, ist dieser Button hier. Mitarbeiter vereinbaren Testspiele für die erste Mannschaft. Man plant sich, wie wir in der Folge Terminplan angucken, schön die gesamte Saisonvorbereitung, lässt sich vielleicht mal zwei Wochen Pause, damit die Mannschaft nur trainiert und sich ein bisschen erholt, wie man auch immer das möchte. Und zack, vereinbart ein Mitarbeiter einfach mal in die schön geplante Pause ein Testspiel. Können wir natürlich immer absagen, aber macht uns zusätzliche Arbeit. Deshalb, wenn ihr euch selbst schon einen Terminplan kümmert, empfehle ich euch, macht diesen Haken raus, bestätigt. Dann darf kein Mitarbeiter irgendwelche Testspiele für die erste Mannschaft vereinbaren. Anders sieht es dann aus für die U19 oder für die zweite Mannschaft. Da haben wir nichts dagegen, wenn der U19-Trainer sagt, hier haue ich mir nochmal ein Testspiel rein, einfach um die anderen Spieler im Kader mal ein bisschen zu fordern, die auf den Platz zu schicken. Das könnt ihr natürlich dann aber auch für euch selber übernehmen, wenn ihr die U19 begleiten wollt, ist gar kein Problem. Für mich ist das dann immer zu viel Mikro-Management. Ich vertraue gern meinen Mitarbeitern. Dafür suche ich mir dann aber auch teure Mitarbeiter aus, die ordentlich Qualität mitbringen. Genau. Soviel mal zu den Aufgaben insgesamt. Ich würde euch einfach empfehlen, klickt euch mal durch, nehmt euch die Zeit, schaut euch an, was kann ich abgeben, was will ich selbst machen. Man kann hier relativ einfach delegieren oder wieder übernehmen. Mit dem kleinen Dreieck hier unten kann man sich weitere Mitarbeiter aussuchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die U19 soll immer jetzt vom Christian Streich beauftragt werden, dann wähle ich mir einfach immer den Christian Streich aus. Das ist ein bisschen Klickarbeit, aber Christian Streich, einfach eine Koryphäe in seinem Job, der soll diese Sache übernehmen. Dann machen wir das einfach so, wie wir das wollen und brauchen. Genau. So. Personal suche. Hier suchen wir uns unser Personal zusammen. Also. Personal habe ich jetzt. Auch schon erwähnt. Es ist wichtig, auf die richtige Qualität zu achten. Qualität des Personals entscheidet über die Ergebnisse ihrer Arbeit. Wir können uns nicht einfach billiges Personal einstellen, damit wir Geld sparen und uns dann einfach auf die Arbeit verlassen. Klar, theoretisch können wir das machen, wenn wir Geld sparen müssen. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man sich viel auf die Mitarbeiter verlässt, schaut zu, dass ihr gute Mitarbeiter kriegt. Genau. Hier sind wir einmal in der Übersicht. Hier oben, wie viel haben wir noch im Trainerstab frei? Wie viel haben wir im Scouting-Bereich frei? In der medizinischen Abteilung? Wie viel Transfer- und Gehaltsbudget haben wir noch übrig? Und dann die Übersicht. Insgesamt haben wir über 2000 Personen gefunden beim SC Freiburg. Entschuldigung, wir haben ein Filter. Das ist ein grundsätzlicher Filter. Einfach mal abgebildet. Das ist der bevorzugte Job, der aktuelle Verein. Und dann ein paar Coaching-Attribute. Genau dasselbe für die mentalen Attribute. Und die Attribute für die medizinische Abteilung. So. Jetzt suchen wir einfach mal nach einem zusätzlichen Assistenztrainer. In der Übersicht haben wir gesehen, wir haben noch zwei Assistenztrainerstellen frei. Gehen wir auf die Personalsuche. In der Folge Training werden wir sehen, dass wir Assistenztrainer gewissen Trainingsarten zuordnen können. Und diese Assistenztrainer haben dann gewisse Sternebewertungen in genau dieser Trainingskategorie. Es gibt drei grundsätzliche Attribute, die eigentlich jeder Trainer haben sollte. Das haben wir auch mal in der Folge zum Karrierestart besprochen. Und ich mache mir immer grundsätzlich, schließe ich alle Trainer aus, die unterhalb dieser Attribute liegen, weil es einfach keinen Sinn hat, solche Trainer einzustellen. Das ist einmal die Zielstrebigkeit, die Motivationsfähigkeit und die Disziplin. Also wir sind jetzt hier im Filter. Ich wähle diese drei Attribute aus und wähle hier schon mal die grundsätzlichen Anforderungen. Da reicht es, wenn man oberhalb der 10 ist. Also die Attribute gehen von 1 bis 20. Bin ich oberhalb der 10, habe ich schon mal eine gute Grundbasis, einfach zum zu sehen, diese Trainer sind einfach qualitativ für die erste Bundesliga. Soweit in Ordnung. Das war jetzt über das Schnellauswahlmenü. Können wir hier auch die Attribute nochmal genauer bestimmen, aber einfach schnell ausgewählt. Zielstrebigkeit, Motivationsfähigkeit und Disziplin. Jeweils ist es mindestens 11. Können wir auf OK klicken und schon sortiert uns der FM alle Trainer, alle Sportdirektoren, alle Sportwissenschaftler aus, die diesen Attributen nicht entsprechen. Und schon haben wir nur noch 174 Personen zur Verfügung. So, jetzt haben wir ja alles möglich hier. Wir haben einen Sportdirektor da, wir haben einen Sportwissenschaftler, wir haben einen Assistenztrainer. Wir suchen jetzt nur nach einem Assistenztrainer. Heißt, der bevorzugte Job sollte schon irgendwo im Trainingsbereich liegen. Es muss nicht unbedingt nur Assistenztrainer sein, es kann auch ein Co-Trainer sein oder ein Trainer, den wir zum Assistenztrainer machen. Das kostet uns dann aber meistens Geld, diese Leute davon zu überzeugen, einfach als Assistenztrainer für uns zu arbeiten. Das besprechen wir dann aber in einer späteren Folge mal. Jetzt können wir hier zum Beispiel noch Offensivtraining sortieren. Dann haben wir hier verschiedene Trainer, die offensiv gute Werte haben. Wir haben dann hier noch das Techniktrainings, das Taktiktraining, die Fitnesstraining und so weiter, wo wir einfach dann uns verschiedene Mitarbeiter uns angucken können, schon mal vorsortieren und gucken uns dann einfach mal einen Mitarbeiter an, zum Beispiel den Martin Hunter, schätzen wir mal als Engländer. Da geht die Karte auch für den Mitarbeiter. Genau, ist 59 Jahre alt, englisch, männlich, aktuell vereinslos, hat ein mittleres Ansehen und die Fußballlehrer-Lizenz. Da sehen wir hier die Attribute. Die sind überall im gelben Bereich, manchmal auch grün, arbeitet mit Jungspielern, sehr gut. Manchmal ist er hier eher schlecht, also für das Torwarttraining eignet sich der Herr nicht. Genau, hier bringt er uns noch die Kenntnisse, da haben wir in der Folge Scouting, sprechen wir darüber. Unser taktisches Stil des Mitarbeiters sollte irgendwie zu unserem passen, System irgendwie sollte reinpassen, das Passspiel, das zweite Bevorzug, das System ist alles nicht so wichtig. Wenn man sich wirklich hundertprozentig optimieren will, kann man natürlich auch immer auf sowas achten, ist jetzt zum Beginn der Karriere eher weniger wichtig, aber ich will es mal gesagt haben. Genau. So, gehen wir mal raus, schauen wir uns weiter die Mitarbeiterlisten an. Hier haben wir die Auswahlliste Personal. In der Folge zu Transfers sprechen wir über die Auswahlliste Spieler. Hier die Auswahlliste Personal ist einfach genau dasselbe. Wir können uns Personal hier auswählen, das wir beobachten. Vielleicht haben wir aktuell nicht die Kapazitäten, dieses Personal auszuwählen. Das ist vielleicht ein junger Trainer, der sich bei einer Mannschaft in der unteren Liga gerade erst etabliert hat. Wir beobachten den und wenn irgendwann einer unserer Trainer in Rente geht oder abgeworben wird von einem größeren Verein, was es auch immer mal wieder geben kann, können wir uns da zuschlagen und einfach den Trainer, den wir schon länger beobachten, verpflichten. Genau. So, Arbeitsamt. Ganz kurze Frage zu den Fähigkeiten, die den Mitarbeiter haben, muss man nicht beobachten und scouten oder sowas. Die Werte sind von den Mitarbeitern schon fix. Die sind offen gelegt. Genau, da brauchst du nicht scouten. Genau, die sind einfach offen. Da kannst du sofort sehen, wie welcher Mitarbeiter eingestellt ist. Wunderbar. Arbeitsamt. Hört sich jetzt böse an. Aber hier sind einfach alle Vereine, die irgendwie Stellenanzeige, wie wir jetzt in der Übersicht vorhin gemacht haben, sind schon mal aufgelistet. Also, Niederlande U19 sucht aktuell einen Cheftrainer. Könnten wir uns bewerben? Hier unten, also wir klicken das an, haben wir dann den Button Bewerben. Wir könnten uns überall bewerben. Ja, sind einige Stellen frei. Klar, wir können uns nicht als Jugendabteilungsleiter bewerben, aber wir können uns auf alle Trainerstellen bewerben. Hier hinten sieht man dann immer den aktuellen Favorit. Also beim Hallescher FC ist aktuell die Trainerstelle frei. Der Bernd Schuster mit einer Wettquote von 5,0 ist aktuell Favorit. Hier ist er sogar auch noch mit 4,5 Favorit. Also, das ist einfach vom FM quasi eine Spekulation, wie man sie öfters mal in den Medien hat. Wer wird da Trainer? Ja, einfach so eine kleine Spielerei. Genau, für den Alltag im FM. Jetzt nicht unbedingt vonnöten, außer ihr seid gerade auf Jobsuche. So, dann jetzt noch weiterführen, die Jobsicherheit. Also hier sieht man einmal die Vereine, die aktuell keinen Trainer haben. Heißt, hier können wir uns bewerben. Wenn du hier auf das Jobstatus frei fällt klickst, kriegst du schon eine kurze Zusammenfassung. Wie sind die Lohnkosten des Vereins, also das Gehaltsbudget, Trainingseinrichtungen. Wir können in der Presse unser Interesse bekunden und wir können uns einfach bewerben. Genau. Und dann weiter unten sieht man einfach die Trainer, die aktuell wackeln. Also zum Beispiel abstiegsgefährdeter Trainer wird jetzt hier als wackelig bezeichnet. Da wir am Saisonstart sind, sind jetzt alle noch stabil, weil noch keiner ein Spiel absolviert hat. Genau. Ja, das wäre mal, ja. Ja, Frage habe ich jetzt mal. Mir ist das schon bei vielen Reitern und so weiter aufgefallen. Diese Filter, die wir ja rechts oben haben. Also hier oben. Ja. Wenn ich jetzt hier was filter, also eine Filtereinstellung jetzt mache, also mir ging es jetzt hier zum Beispiel, weil du gesagt hast, wir können eh nur Trainer sein. Genau. Das heißt, dann könnte ich mir ja hier einfach nur den da reinsetzen. Genau. Weil ich die anderen ja eh nicht brauche. Also wenn ich jetzt was suche. Dieser Filter, wenn ich den jetzt gesetzt habe, bleibt der eigentlich immer drin oder muss ich den immer wieder neu setzen? Nein, der bleibt immer drin. Bleibt immer drin. Okay. Der bleibt immer da. Ich finde, das muss man wissen, dass man sich mal zu Tode sucht, weil man aber einen Filter aktiviert hat, ist halt das, was man gesucht hat. Auch in anderen Reitern wichtig, dass man das noch nicht, dass man daran denkt. Da sprechen wir in der Folge Filter und Übersicht nochmal genauer drüber. Okay. Aber macht es nichts, weil du es erwähnt hast. Genau. Da, die Filter bleiben immer gesetzt. Man kann sich die Filter setzen, um einfach kurz den Überblick zu finden oder auch mal gucken, was ist denn aktuell auf dem Co-Trainer-Markt los. So und so viele Co-Trainer werden aktuell gesucht. Kann ich mir jetzt aktuell einen Co-Trainer suchen oder nicht? Aber sprechen wir in der Folge Filter und Übersichtslisten nochmal drüber. Okay. So, das wäre das Erste zu Mitarbeiter. Noch irgendwelche Fragen, Phil? Nein, das habe ich ja gerade bestellt gehabt. Super. Gut. Dann vielen Dank, Achim, hierfür. Gerne. Großes Thema. Wenn ihr Kommentare dazu habt, Meinungen, irgendwas noch, auch Verbesserungsvorschläge, schreibt sie in den Kommentaren. Lasst ein Abo da, um uns zu unterstützen. Daumen hoch, wäre super. Das Video oder die Videos, auch die anderen. Schaut sie euch an. Sie sind wirklich hilfreich. Es kann euch wirklich vielleicht beim einen oder anderen Stellen nochmal helfen, gerade jetzt, wenn ihr neu anfangt. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, agilem. Ciao, ciao.